Was bist denn du, dein Burgfrörend? Eine Prinzessin bist du? Also Prinzessin. Gut. Fühlt mich anständig auf, gute Prinzessin, der Start ist frei. Alle guten Wünsche begleiten dich. Dieser Newcomers Little Touch ist ja ein ganz sprunggewaltiges Pferd, ganz hoch dabei, immer wieder auf den nationalen und internationalen Afinger-Bereich und die Prinzessin hat alles im Griff, wie es ausschaut. Richtig gut festhalten, er macht alles von alleine. Heute gleich zwei Mal rum, Sonderbeifall, Sonderbeifall für die Prinzessin. So, jetzt musst du in diesem Reifen durch. Auf, schau, du bist ja, jawoll. So, ein bisschen, aber nicht tragisch. Hören Sie auch, aber jetzt musst du dann zu uns kommen, gell. Zu diesen Pylonen. So, jetzt hast du dir Zeit. Links, rechts, links, jawoll. Dann gehst du unten an die Stangen, an die Ständer, kommt ein bisschen nach oben, jawoll. Das sind unsere Haarbringer. Auf der anderen Seite, Höchstleistungen. Ja, nach dem sind. In diesemniejs букese- Tibts fell. Ja, es wird einfach in der Stelle gekommen. Bak,Audtisch. Jawoll! So, bei jedem sollten mal.